Hallo und herzlich willkommen zu Tales of Berseria Folge 8. Wir sind in der Stadt, immer noch, und haben uns hier ein bisschen durch die Leute gefragt. Es sind aber ein paar Ausflugzeichen aufgeploppt, deswegen werden wir da mal ganz kurz nochmal hingehen und uns mit den Menschen unterhalten. Hallo! Nein, ich habe keine Angst. Sie haben bereits Tereza getötetet. Sie werden auch gleich wiederholfen. Wenn ich mich als Goma bin, dann wird es nicht mehr zurückgekehrt werden. Ich werde es nicht mehr töten. Ich werde es nicht mehr töten, aber ich werde es nicht mehr töten. Ich werde es nicht mehr töten, aber ich werde es nicht mehr töten. Ich glaube, das ist nicht mehr so, dass es nicht mehr als Mensch ist. Falsch! Dann hat sich in einen Dämon verwandelt und er stammt aus diesem Dorf. Wir können keine Fremden in den Ort lassen. Aus diesem Dorf? Dem mit den Leuten, die nicht auf die Abtei hören wollen? Es war doch klar, dass es so kommt. Ach, es gibt also ein Rebellendorf, ja? Das finde ich gut. Rebellen braucht man immer. Die ist irgendwie süß. Kann ich deine Klamotten haben? Die Klamotten, die Klamotten haben. Die Klamotten haben mich. Im Schnee und im Krieg ist jetzt alles erlaubt. Was machen die denn da? Lass uns darüber reden, wenn wir was gegessen haben. Gut, es gibt bei mir zu Hause heute Mabukuri zum Mittag. Echt jetzt cool? Ich wünschte, ich würde bei dir wohnen. Mabukuri? Manche Leute sind echte Glückspilze. Und hier noch. Hallo! Ja, das ist ein Schmerz. Das ist ein Schmerz. Das ist ein Schmerz. Aber wenn ich als Kind war, war es nicht so Schmerz war. Schmerz war es nicht so Schmerz war. Das ist nicht so Schmerz. Was heißt das? Ähm... Oh, das ist ein Schmerz. Ja, das ist ein Schmerz. Da ist auch die Welt zu schmerz. Das ist auch immer noch nie, aber auch Mäkidai und Jukikaki sind schwer. Oh, auf einmal. Wer ist das Schmerz? Also eine Eiszeit bahnt sich an. Okay, das ist gut zu wissen, weil dann vielleicht ist ja unser Freund in Anführungsstrichen dafür verantwortlich. Kurz zur Information für den YouTube, ich hab gerade kurz einen englischen Sprachigen in meinem Kanal, da muss ich mal ganz kurz drauf reagieren. I don't think so. So, raus hier. Ich hab teile erst niemanden weiter nördlich als bis zu dem Kontrollpunkt bei den Ruinen von Faldis in den Figaleispitzen. Wenn ihr dort durchwird, vergeudet ihr nur eure Zeit. Bardsley und Helavas sind Dörfer im eisigen Westen. Aber ich warne euch, das sind keine Orte für anständige Menschen. Ich sollte den Vordereingang meiden, okay. Heißt, ich kann hier auch aus dem Hintereingang raus? Fragezeichen? Ich komme jetzt doch da lang. Yay. Durchs kalte Wasser, das wäre was. Oder ich muss da einfach rumlaufen. Was haben wir denn hier? Ich kann hier aber auch aus dem Hintereingang rauskommen. Oh Oh Interessant Na gut Wir haben einen weiteren Tag Lebend überstanden Gelobt seien die Abtei und Fürst Artorius Alter Die Leute sind so manipuliert Das ist ja schon nicht mehr feierlich Das ist ja schon nicht mehr feierlich So Jetzt gucken wir mal Keine große Map Keine große Map Okay Hier ging es irgendwo hoch Wo war das denn jetzt Ich hab doch gesehen, dass es da hier hoch ging Ich hab doch lang gelaufen Irgendwo wächst hier doch hoch Das ist die Zwischendings da Ich hab da hinten Hinter der Schösterkilde ging so hoch Und weiter geht's Haaphof Jetzt ist halt die Frage Ob wir da Tatsächlich lang können Da gibt's immer noch keinen Weg Kein Wille, kein Weg Vielleicht müssen wir so raus, wie wir reingekommen sind In die Stadt Das kann halt auch sein Ich probiere jetzt noch was aus Und dann gucken wir mal, ob wir da wieder rauskommen, wo wir reingekommen sind Genau, hier war die Leiter Ach, die geht nicht komplett runter Ach, das ist ein Sprung-Ding Es ist einfach nur, dass es keine Leiter gewesen Deswegen war ich so verwirrt Ich bin verwirrt 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 So, dann schauen wir mal Nicht vergessen zu speichern Na, sieht ihr mal Da hinten geht's hier weiter Oh, das sind nochmal Seelchen 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 Oh, ganz viele Seelchen Salbei erhalten Ansonsten haben wir hier nichts mehr an Seelchen, ja? Da hinten sind noch Seelchen Ganz viele Seelchen Aber vorher wollte ich nochmal schnell gucken, was hier los ist Man kommt auch gar nicht mehr wirklich in die Dings rein Oh je Nun haben wir ja Glück gehabt, dass wir nochmal reingekommen sind Oh Na gut Nein Ignorier mich, ich bin gar nicht da Ich sammle nur Seelchen ein Oh, da gibt's auch was an Pflänzchen Pflänzchen einsammeln Haben wir da Schön So Perfekt Alle Seelchen eingesammelt Aua Geht doch Dann gehen wir mal da lang Aber hier oben ist nochmal ein Fragezeichen, warte mal Dann ausrufezeigung, ich fragezeichen Dann ausrufezeigung, ich fragezeichen Ach ja, immer diese Diese Blutige Stiefel Kappenstiefel Alles Level-Ups Nein Ach man Hm Oh Wie entschuldigst du dich bei den Monstern? Nein, sie haben sich nochmal angegriffen Ich frageze Kaiser Ich frageze피ze mh ok das hast du fein gemacht hast du fein gemacht hast du fein gemacht was ist hier und warum ist hier hier ist hier das ist das 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 ist ein sehr guter Name. Meine Frau hat mich sehr gefühlt. Das stimmt. Ihr seid alle auf der Arbeit. Ja. Wir haben alle bereitgestellt, und wir haben eine gute Zeit. Es ist nicht möglich. Ich bitte. Natürlich. Sie werden sicherlich verabschiedet werden. Was ist das, Seria? Ich bin für Sie, dass Sie nicht tun müssen. Was ist das, Belved? Oh, ich dachte, dass ich mich nicht in Ordnung habe. Ich glaube, dass ich mich nicht in Ordnung habe. Das ist deine Mutter. Ja, aber ich glaube, dass ich meine Mutter sehr liebte, und ich glaube, dass ich meine Mutter sehr liebte. Ich denke, ich bin hier. Was ist das für ein Leben? Selika und Lifeset. Sie sind alle meine sehr interessanten Familie. Alle sind... Familie? Das ist die Zeit der Selika. Wir müssen auch noch bis zum Misaki, und nicht überraschend sein. Ja, ich bin sicher. Ich freue mich auch. Ach so... Das ist gut. Es ist so... Das ist so... Also gibt es ein Blut, oder? Wie soll ich das sagen? Das ist ein Blut. Oh? Interessant. Sie ist halt wirklich sehr verletzt worden. Merkt man überhaupt nicht. Jey! Ignoriert mich einfach, ich bin hier nur... Beiwerk. Ich habe es nicht in die Zeit. Ich habe es nicht in die Zeit. Aber dann ist es ein Schwerpunkt. Aber dann ist es ein Schwerpunkt. Die Maschinen? Das ist ein Dailma. Nichts. Das ist ein Goma-Tokage. Warum schreien Sie? Das ist... Ich habe nur die Wahrheit verletzend. In den Trenkern, noch nicht die Trenkern der Trenkern. Das ist, dass die Trenkern die Trenkern verletzt. Die Trenkern nicht zu retten. Die Trenkern ist die Trenkern der Trenkern. Das ist eine große Herausforderung. Aber das ist die Trenkern der Trenkern. Aber das ist die Trenkern der Trenkern. Wenn ich nicht zu sagen, dass ich... Ich habe die Trenkern. Der Trenkern der Trenkern. Ich bin der Trenkern. Was ist das? Ich habe gesagt, dass ich die Trenkern der Trenkern. Ich hab schon gesagt, dass ich sie und sie mit der Trenkern haben. Ich habe gehört, aber ich habe es noch mal in der Trenkern. Aber ich habe keine Ahnung. Ich bin der Trenkern. Dann werden wir uns immer wieder aufbauen. Die Leute, haben wir wieder zurück? Oh, ich habe wieder zurück. Gut, ich kann es nicht essen. Kann man es essen? Ich weiß nicht, was Goma ist. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich denke, es ist ein Schuss, der Klee. Aber ich glaube, es ist nicht so, dass ich mich nicht vertraue. Ich denke, es ist gut. Ich denke, es ist gut. Ich denke, es ist so gut. Ja, wir schauen. Das ist ein Beispiel für eine Koalition. Ich möchte, jemals zu viel, wie ich an das, was ich nicht so gut für mich, würde ich nicht so gut für mich, was ich. Wenn ich so etwas nicht so gut für mich, dann sage ich, dass ich es nicht so gut für mich, ist das? Auf der anderen Seite ist es auch ein wahrer Punkt. Ich denke, dass der Welt nicht verändert werden kann. Das ist so, was ich so glückliches, der Künstler des Häusers. Dann fragen wir mal hier die Leute, was hier los ist. Hallöchen. Erzähl niemand von dem Echsen-Dämonen in der Höhle. Ganz doll versprochen und wird auch nicht gebrochen, ja? Wenn wir nach Elavas gehen, können wir niemand sagen, dass wir aus diesem Dorf sind, sonst verfolgen sie uns. Ja, ja. Das Dorf hat früher Schwefel verkauft, der aus der Höhle im Norden stammt. Jetzt läuft der Handel stattdessen über Hellevast. Und bei uns tut sich so gut wie nichts mehr. Wir können nur noch die Kohle herstellen und Jax züchten. Also halt, im Norden. Wir müssen noch nicht nach Norden. Wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Hier sind noch Menschen und hier sind noch Kräuter. Oh, und hier ist noch eine Kiste. Damit haben wir die auch erledigt. Ihre Regeln und Befehle ergeben keinen Sinn. Ja, ich habe für mein krankes Kind Medizin gestohlen. Welches Elternteil würde das nicht, wenn sein Kind sich vor Schmerzen windet und dem Tod nahe ist? Ist das wirklich ein Verbrechen, das mit Verbannung bestraft werden sollte? Nein. In einer idealen Welt muss man keine Medizin stehlen, um ein Kind zu retten. Aber wir sind leider nicht, wir leben leider nicht in einer idealen Welt. Oh, Speicherpunkt! Hallo! Willkommen! Leider können wir euch nicht viel anbieten, aber wenigstens ist hier warm. Oh! Ja, komm, wir übernachten eine Runde. Ha! Ha! Okay! Ich glaube, ich bin nicht gut, dass ich hier oben bin. Dass ich nicht genannt habe. Ich weiß nicht, ob ich bin. Ich bin kein Problem. Aha! Ich bin, wie ich hier oben angekommen, ich bin. Ich sag dazu jetzt mal nichts. Diese Elia Noah ist etwas seltsame Exorzistin. Wir sind hier gegen die Abtei und sie kommt trotzdem und stellt uns diese ganzen super ernsten Fragen. Ich glaube nicht, dass sie ein schlechter Mensch ist, aber sie wird nicht lange leben, wenn sie nicht schlauer vorgeht. Aber dieser Deil ist wirklich ein Schuft von einem Sohn. Er ist losgezogen, um sein Glück zu machen und was ist aus ihm geworden? Ein Mörder. Und dieser arme alte Mann ist immer noch davon überzeugt, dass er irgendwann zurückkommt. Wie geht es? Ich habe ihn aufgegeben. Aber dieses Dorf, das haben wir im Schweiß unseres Angesichts errichtet und ich werde es nicht der Abtei überlassen. Egal, was sie sagen. Hier ist eine Händlerin, einmal Kräuter, hier noch irgendwas. Mal schön hinter die Sachen gucken. Ja, das hatte ich auch gerade gedacht, Tio. Mein Vater war Schmied und ich verkaufe die Dinge, die er hinterlassen hat. Ah, Bernstein-Dolche, Feuerringe. Ah, okay. Na dann, Judy. Hier haben wir noch jemanden mit Ausrufezeichnen. Was ist das, was ich, der Kräuter ist? Dann war es einfach nicht so. Ich weiß, die Kräuter nicht mit Ausrufe. Also war es in der Kräuter nicht so. So war es? Ich weiß, dass es die Kräuter nicht so war, aber es ist ein Stadwer. Die Zirkungen werden immer wieder geslucht. Die Beziehung ist nur die Knoten der Beziehung. Die Behörde nicht zu tun, die Menschen im Ausland zu retten sind. Die Beziehung der Beziehung fühlt sich um eine Schlange, die Krister nicht zu fassen... Entweder. Das ist ein Verstehungs. Ja, aber das ist doch nicht zu tun. Ja, das ist schon mal ein guter Ansatz für den Herrn hier. Wir werden allerdings in der nächsten Folge erst gucken, was sich der Echsen-Dämon so denkt. Bis dahin, tschusi!